Ihr lieben Schnuffis, ich bin aus dem Urlaub zurück, wie man sieht, gewohnte Umgebung und so. Und noch bevor ich zu Hause war, war dieses heiße Teil bei mir zu Hause. Wurde es geliefert? Die Quadra. Der Quadra, das Quadra. Geil! Und ja, ich habe sie schon aufgetragen. Was ich unbedingt dazu erwähnen muss, ich habe keine Wimpernzange benutzt. Der Schwung kommt allein hiervon. Und jetzt erzähle ich dir ein bisschen was darüber, ja? Dieses hübsche Teil ist nicht nur eine Mascara. Eine 4 in 1. Sie enthält Serum, eigenen Wimpern stärkt und sie anregt zum Wachsen. Einen Wimpern-Primer, den kannst du dir sparen. Dann ist es eine Mascara an sich selbst, ne? Und Tubing. Habt ihr das schon mal gehört? Habt ihr das auch mal gegoogelt und direkt wieder vergessen? Dieses Teil enthält Polymere, die sich um deine Wimpern als Röhre legen und somit, ach, denke ich mal, genau weiß ich es nicht, die Inhaltsstoffe wirken können, das Ganze haltbar ist. Hier geht nichts ab, sag ich dir. Und jetzt kommt der Clou und das testen wir jetzt zusammen. Sie soll mit lauwarmem Wasser oder warmem Wasser einfach abschminkend zu sein. Bist du bereit? Ey, ich hab da mal was vorbereitet. Warmes Wasser. Wir machen das jetzt ein bisschen feucht hier, irgendwie. So, und dann probieren wir das aus. Okay, es sieht jetzt aus wie ein Panda, aber meiner Wimper ist nichts mehr dran. Da ist nichts mehr dran. Ich hol das doch und mach das unterm Auge mal kurz weg. Und fertig. Wie krass ist das bitte? Dieses hübsche, heiße Ding gibt es in meinem Shop www.efa-klos.de. Wenn du dazu Fragen hast, immer gerne her damit. Unbedingt erwähnenswert, parabenfrei und hormonfrei. Es gibt es tatsächlich so auch nur... Oh, Mensch. Unique hat nämlich ein Patent darauf, auf spezielle Inhaltsstoffe. Das bedeutet, das bekommst du nirgends woanders. Wenn du Fragen hast, schreib mir. Und falls du mir noch nicht folgst, du das jetzt ein bisschen Liebe da lassen, würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao.